Warum hast du keine Frau eigentlich? Junge, ich weiß nicht, an was das liegt. Könnt ihr mir das vielleicht sagen, Digga, warum ich keine Frau hab? Haarausfall? Hm, das kann gut sein. Lara, oha, da kommt Lara angescheppert, Digga, mit 4 Euro und schreibt, du bist sweet. Lara, schreib bitte rein, ob du volljährig bist. Vielen, vielen Dank für den Vierer. Zu viel Bart? Du bist hässlich. Chat, merkt euch eins, für jeden Topf gibt's auch den passenden Deckel, Digga. Geringverdiener? Unsympathisch. Okay, den Punkt kann ich fühlen, Digga. Lara ist elf. Danke. Wieso habt ihr keine Frau, Chat? Als ob jeder von euch eine Freundin hat hier im Chat. Oder einen Freund. Quatsch mir nicht voll, Digga. Drei in Chat, wer hier Single ist. Ja, da sind die Single-Leute am Start, Digga. Also ich bin nicht alleine hier. Ne vielen Chat, wenn ihr eine Frau seid, volljährig seid und gerne mit mir zusammen sein wollen würdet. Ja, und da seht ihr es auch wieder, Chat. Ich bin sehr begehrt. Ich bin sehr begehrt. Hier zum Beispiel der Nick wäre gern mit mir zusammen. Dennis auch. Aber da ist bestimmt eine Frau dabei. So, irgendwo.